Ich vertrete das Fach Intelligente Robotik im Masterstudiengang KI. In diesem Fach programmieren die Studenten eigenständig ein wissenbasiertes Steuerprogramm für einen dieser Roboter hier im Labor in einer frei gewählten Anwendung. Das Aufgabenspektrum reicht dabei von intelligenten Haushaltsrobotern über Autopilotner für Kraftfahrzeuge oder für Flugzeuge bis hin zu kooperativen Pflegerobotern. Durch die Kopplung von KI mit Roboterarmen kann die KI nicht nur Vorschläge für Aktionen in der Umwelt machen, sondern diese auch gleich selbstständig umsetzen. Zum Beispiel kann ein kooperativer Pflegeroboter einen Patienten nicht nur vor einem potenziellen Sturz warnen, sondern kann ihn beim Bedarf direkt unter die Arme greifen. Die Schwierigkeit bei der Realisierung von intelligenten Roboter liegt in der Sicherheit der Systeme. Die KI muss sehr zuverlässig die Ergebnisse errechnen und darf ihre Nutzer in keiner Situation gefährden. Mein Forschungsschwerpunkt liegt in der Kooperation von mehreren intelligenten Robotern. So nach dem Motto zusammen sind wir stark. Die Roboter schließen sich dynamisch zu einem Team zusammen und bearbeiten gemeinsam eine Aufgabenstellung, wo jeder einen Part übernimmt. Sie haben Interesse, die Zukunft intelligent mitzugestalten? Sie haben Vorkenntnisse in der Programmierung, Mathematik, Statistik, aber auch des maschinellen Lernens und des Deep Learnings? Dann bewerben Sie sich für unseren neuen Masterstudiengang Künstliche Intelligenz hier an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Wir freuen uns auf Sie! Künstliche Intelligenz